ich nehme mir dein stil hört sich immer noch am besten an guck mal moment ich mache gleich mit welcher spalt das ist eine hauptmission genauer gesagt der zweite teil von der hauptmission lauf schon richtig oder ja warum drei kilometer oder so ja warum okay nicht dass ich eine falsche mission habe oder so das klappt wir fast im wasser gewesen warum nicht kürzlich auch mal wieder waschen ich habe angst vor wasser springen oben und fliegt voll die sieben meilen stiefel hier was machst du da versucht die kugel kaputt ich glaube da brauchen wir irgendeine besondere superkraft wieder für ich mag die superkräfte ich nicht ich finde ich geil nur möge es nicht nennen mögen den nennen mögen es zu wenig 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 ich habe gerade spaß was ist das was ist das ich habe dich gefragt was das ist spalt betreten lol in wessen spalt fragen mal was so ich hoffe wir sind ja jetzt ich hoffe wir sind ja jetzt oh ne ne wie das kackt jetzt bei mir wieder ab ey wenn ich da runter fall dann bin ich traurig ah ok wir müssen also so gut wie möglich in die mitte springen ich spring vorbei darf ich dir was sagen was denn wir haben das immer noch nicht behoben was dass man als host kein abscheißer nach einem mission start hat lockert ah hör auf was machst du ich mach gar nichts ich versuche zu existieren kannst du machen ne du hast du immer ich ey du hast du gestartet es geht dich nicht an was ich getan habe was habe ich denn gemacht ich glaube das hier ne ja ab zum spalt a goldener schnatz jetzt muss ich mal drauf achten ob der wirklich dieses verhandlungslevel weg macht wo ist denn der das sollte interessant sein mach ihn dir ja verhandlung weg ja da macht die weg nice lol guck mal was los uh mal speichern willst du auch aha kommst mit was macht eine zivilist hier von meinem auto geh weg welche mission war das jetzt gesetzesbrecher ne äh das kann gut sein yeah ah ich rutsche wir sind das party auto da k wow wow wuuuow wow wuuuow wuuu können wir machen das können wir schon nur noch mal schnell gucken ok also unbedingt in der mittel landen bin vorbeigesprungen da ist ein zeichen unten links ja ich habe das gefühl wir müssen diese blöden sequenzen abbrechen weil die warte fach wenn es ganz angucken ein spiel abscheiß das gibt es überhaupt net cut for the win was müssen wir tun immer in die mitte springen das war nicht gut das was ich gemacht habe was ich nein Die Rift sind in Rifts, die für Xenia chaos causate, obwohl Xenia die Zinn innevitably verletzt hat. So, uh, willst du mich dein Erren-Boi sein? Deine Hilfe ensures, dass ich sie immer öffnen kann. Ein Vorteil für uns beide. Könntest du das auf deinem Leben tun? Mein Körper hat seit langem sterben. Ich habe meine Consciousness in den Main Simulation Computer viele Jahre vorhin. Aber obwohl du keinen Körper hast, du wirst mir immer noch helfen. Nein! Wo bist du? Runtergefallen. Ein bisschen ist Kacke, weißt du das? Also, ich finde es eigentlich im Moment ganz gut. Also, ich stehe zumindest sicher auf den Dingern drauf. Volltreffer! Bei mir kommt immer verspäteter Volltreffer, weil du immer vorher bist. Er kam bei mir auch, wo ich hinter dir war. Aber ich krieg dafür die 2000er Punkte rein. Und jetzt, pass auf, jetzt geht es richtig rein. Zack! Ah, kein Gold geschafft, oder was? Mein Access Code ist 1331. Boah, wie gemein. Wir hätten es aber fast geschafft. Dann findest du mir eine suitable Form? Wow! Ohhhh! Ich wollte noch ein bisschen in der Welt da spielen! Weiter geht's! Also Silber, Gold! Scheiß auf Gold! Die sind auch so toll! Ja! Komm schon, mit Bonus-EP schaffen wir 19! Schade! Oh! Spalte ist jetzt... Die KI hat weitere Spalte! So, da muss ich jetzt mal abbegucken bei... Opecrate! Bei Confistat, ne? Weidhändig, wo haben wir denn beidhändig MPs da oben? Ach, das kann ich immer noch leisten. Also, wir haben ja jetzt gemerkt, wegen dem Missionen, was bei mir abscheißt. Immer, wenn wir zu Ende gucken. Warum? Ist es jetzt so beim Host, oder was? Das ist ja jetzt nicht immer, das war jetzt nur bei der Mission. Naja, das war aber bei der anderen Mission auch. Weißt du doch? Wo mit Sequenz... Aber die anderen, die wir heute gemacht haben, nicht. Ja, die mit Sequenz, die wir gemacht haben heute. Die eine. Die war auch so. Also mit Startsequenz. Die Mission sind kacke. Gesundheit. Peak-Up-Wert. Ah, ich hab schon wieder nicht genug Geld. Ich brauch Kohle! Du brauchst Kohle, eh? Was machst du in Minecraft? Was zur Hölle ist das? So sieht das aus, wenn der Spalt fertig ist, oder was? Das sieht ja mal lustig aus. Miau. Komm, äh... Nee, 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 nee. Das war das nicht machen. Niemals. Wende das Rennen. Leck mich am Hintern. Ich will das machen. Yeah, gewonnen. Warum Katzenmaus schon wieder? Lol, ich sitze auf dem Hexenbesen. Was? Reicher das? Modus wechseln. Ach, ich muss abhauen. Trägst mich nicht. Ich sitze auf dem Hexenbesen. Ich bin voll Knurke. Uh. Kann ja nicht ein bisschen schneller. Ich hab Angst vor Öli. Ah, nicht auf mich feuern. Lol, ich bin am Boden zerschellt. Habe ich dich jetzt getroffen, oder was? Nee, nee, nee. Ich bin am Boden zerschellt. Ich bin zu schnell im Sturzflug geflogen und bin explodiert. Oh, nee. Lol. Was? Der Besen hält aber auch nichts aus, oder? Nee, ich glaub nicht. Ich hab verloren. Schön für dich. Scheiße, ich will das nicht mehr spielen. Ja, hier sind wir ja jetzt auch fertig. Hier ist es jetzt weg. Ich will das da machen. Nio. Beendet das Rennen. Ich mach mal das Rennen, ne? Nein, ich will das machen. Nio. Meine Logik ist unbestreitbar. Wie man versteht sie? Doch, klar. Jeder, der ja ich ist. Aber niemand ist du. What the fuck? Ich bin kein Niemand. Alter, der Scheiß wird richtig tiefgründig. Wow. Haben wir hier noch ein paar Datenansammlungen? Der rennt schon so darüber. Ist das eine Aktivität, oder muss ich da auch hin? Ich glaub, das ist eine Aktivität. Okay, ja. Dann kann ich ja hier ein bisschen Daten sammeln. Während ich das Haus hochrenne und mir denke, joo, die Fenster gehen nicht kaputt. Erfotern müssen wir wenigstens keine Versicherung bezahlen. Oh, weißt du, dass mal richtig toll wäre in einem Open World Spiel? Hm? Jedes Haus, jeder Raum betretbar. Oh. Stell dir das mal vor, hier bei den Hochhäusern. Wie viele Stockwerke hat das Teil hier gehabt? Bestimmt 70. Ich will auch einen haben. Ich speichere mir den jetzt. Ich komme. Wo bist du? Wart auf mir. Mir will auch. Da ist es Gold, da ist es Gold. Da ist es Gold, da ist es Gold. Gut, auf dem Dach ist er. Irgendwo auf dem Dach. Ja, dann werde ich den hoffentlich finden. Ich bin gerade so hoch rum. Guck mal, gefunden. Also nicht der Heli, aber Swing Swing. Und hier ist noch ein anderer Heli, den ich mir direkt mal speichern werde. Irgendwo auf dem Dach. Wenn ich jetzt wissen will, welches Dach du meinst. Komm gleich, Moment. Ich habe hier schnell noch eine Datensammlung. Die hockt hier so ganz allein rum. Die kann ich hier nicht stehen lassen. Oh lol, ich weiß wo ich bin. Kennst du noch Gangsters in Space? Äh, ja. Die Mission? Welche? Das ist diese Stelle. Die Anfangsmission, wo man da hinkommt. Wo die Helis stehen. Wo man die außerirdische retten muss. Äh? Das ist nicht... Ach so. Ah. Dann ist kein Wunder, dass du da Helis auf dem Dach findest. Du bist in der Armee Base. Ja. Nein, puh, ich bin vorbeigesprungen. Verdammte Armee. Wer braucht die schon? So, Helikopter auf dem Dach. Sagt er. Helikopter auf dem Dach. Hier ist was anderes auf dem Dach. So hoch, hier hinten. Es ist jetzt aber cool, dass man die sofort speichern kann. Jetzt muss man die nicht mehr versuchen irgendwie zu retten. Mhm. Während man Verhandlungen hat. Ich habe einen goldenen Schnatz gefunden. Den mache ich jetzt mit dem Heli platt. Wo ist die Sau? Stirb Schnatz. Was? Habe es geschafft. Ah ne, das war Datensammlung. Ich hoffe, was zu sammeln, wenn ich einen Schnatz jage. Boah, der hält aber aus. Du kannst ihn eh nur mit deiner Faust besiegen, verdammt. Hä? Sagt wer? Habe es geschafft. Habe es gesammelt mit dem Helikopter.